Hartmut Neugebauer ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Er gehört zu den meistbeschäftigten Synchronsprechern Deutschlands. So leiht er seine Stimme unter anderem Gene Heckman, John Goodman und Robbie Coltrane. So wie William Shatner in der amerikanischen Serie Boston Legal. In der bekannten und beliebten Anime-Serie Sabareida sprach er den bösen Oberbosnemises. Auch dem Piratenkönig G.O.L.D. Roger aus One Piece gab er seine Stimme. Zudem war er in etlichen Schwarz-Weiß-Slapstick-Filmen der Reihe Klamottenkiste zu hören, wo er als Voice-Ofer sowohl männliche als auch weibliche Darsteller sprach. Außerdem wirkte er an zahlreichen Hörspielproduktionen mit. Des Weiteren sprach er 1978 in der Zeichentrickverfilmung von Der Herr der Ringe, den Gefährten Boromir. Hartmut Neugebauer war auch in einigen Asterix-Zeich-Trickfilmen als Centurio zu hören. Außerdem sprach er Herr Gretaus, Harry Potter und Dr. Eckmann in Sonic X, Sonic Generations und Sonic Lost World. In Film- und Fernsehproduktionen war Neugebauer unter anderem in Inspektor Klus O. Geheimcode, Wildgänse und Derrick zu sehen. Er ist der Vater der verstorbenen Synchronsprecherin Veronika Neugebauer. Filmografie, 1968 Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg, 1968 Die Schwarze Sonne, 1970 Der Kommissar, Parkplatz Hyänen, 1972 Mein Bruder, der Herr Dr. Berger, 1974 Münchner Geschichten, der Lange Weg nach Sacramento, 1975 Champagner aus dem Knobelbecher, 1976 Die Unternehmungen des Herrn Hans, der Gartentag, 1976 Inspektor Klusso, der beste Mann bei Interpol, 1983 Der Paragrafenwirt, 1983 Fast wie er im richtigen Leben, der Bürgermeister von Moskau, 1984 Geheimcode, Wildgänse, 1985 Macho Mann, 1985 Fast wie er im richtigen Leben, Episode Raute 1,11 1989 Derrick Blauerose, 1989 Derrick, Mozart und der Tod, 1992 Lange Samstag, Synchronrollen Ja, wohlfremdien Verraft Das auch noch mehr Beihange Über 2